Na gut, Freunde. Welcome back to the zoo. Da sind wir wieder. Wir sind immer noch in diesem Scheiß-Komplex. Ich habe gerade keine Ahnung, was wir machen müssen. Wo wir Dinge machen müssen. Da dürfte man scheinbar noch nicht gewesen sein. Müssen wir zurück zum zentralen Kontrollterminder. Zurück können wir nicht. Was jetzt? Wir müssen eine Verbindung schaffen. Okay, was haben wir da drinnen? Ein Bänkchen und ein Automat. Beides interessiert mich gerade irgendwie nicht. Gehen wir weg da. Da geht es aber auch noch runter, Gott sei Dank. Achso, da kann unser Tigerchen wieder rüber jumpen. Aha, drüben wir mal wieder so einen Computer. Dann werden wir wahrscheinlich wieder switchen müssen. Ja, 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 ja. Das hätte ich auch ohne dir gewusst. Okay. Ich finde es, was wir damit an der Hmann? Oh, das ist ja okay. Also, wir können das von Wurzeln. So, wir können das den Klimbogen. Der Kater. Und dann, wir können das also, dass wir es in der Ärger. Ja, ich denke ich. Ich denke ich, wir können das Ostern. Ja, wir müssen das Ding. Na, wir müssen das Ding. Oh nein, wir müssen Red 13 retten, ist ein tieferes Stock weggefallen und muss dort alleine, nur sowas, gegen eine Horde von Gegnern kämpfen, alle ihm zu Hilfe, bevor seine TP-Anzeige erschöpft ist. Ach was? Ja, da müssen wir erst mit denen labern. Okay, aber erst? Das muss, das muss! Ja! 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 Über meine Grenzen! Perfekt! Na! Ja! Pertobt da! ARD Text im Auftrag von Funk Ey, das gibt es doch nicht. Hör mal auf, hey. Boah. Alter Schwede. Wir müssen mal heilen. Und jetzt? Achso, da ist eine Leiter. Na, schlafen. Hey. Na. Mist. Na, schlafen. Ich zähle auf welche. Bin ich jetzt drin? Mist. Ich weiß, er ist nicht drin. Das war's dann wohl. Ich weiß ja nicht. Halte durch, Red. Rättern. Da wären wir. Wir bringen dir ab. Hör, dein Ende. Das wird wer tun. Es kommen immer mehr. Das ist der Plan. Okay. Sagen wir unsere AP. So. Okay. Ach Gott. Es dauert halt alles ein bisschen. Bis der Gute da den Schalter umlegt. Was? Achso, du meinst den da, oder? Okay, aber da ist ein Schalter. Damit können wir wieder eine Brücke machen, hoffe ich. Und dann haben wir es ja. Oh, da kommt da. Ach. Damage. So, wo ist die vier? Eins, zwei, drei. Da ist die vier. Da ist die vier. Sesam öffnet dich. Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Jaja, das kennen wir schon. Ähm. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Sicher nicht. Lass uns Cloud Bescheid sagen. Okay. Achso, warte. Da haben wir ein, da war ein Dings, oder? War da ein Dings? Ja, da ist ein Dings. Klingeling. Ja, wir haben einen Fahrstuhl gefunden. Verstanden. Sehr gut. Aber er ist momentan außer Betrieb. Vermutlich hat Hojo ihn abgestellt. Sieht so aus, als müssten wir seinen Plänen folgen und Sektion 4 aufsuchen. Die Tür müsste offen sein. Dafür haben wir... Verstanden. Wartet, wo ihr seid. Ja, ja, hey. Das hätten wir uns irgendwie auch sparen können. Wir sind ja eh. Lass uns mal zurück zu der Tür gehen. Na gut, wir sehen jetzt nicht, dass sie ja auch ist, aber hey. Alles geben. Davon können wir nicht los. Und Schiss. Los. Okay, das ist irgendwie auch ne komische Ding. Da müssen wir halt wirklich scheinbar attacked werden, oder? Gegnerische Angriffe mit mächtigen Kontakten. Ich bin bereit. Ja. Sind ein gutes Team, Barrett. Du merkst mich ein Verlegenheit. Hast du gar nichts gemacht hier, aber... Ja, wenn sie halt nicht attacken, dann können wir auch nicht kontern, ne? Wir lassen den guten Wedge ganz schön warten. Ja. Scheiß auf Wedge. Kann sein. Oh. Der Typ hat sehr gute Menschenkenntnis. Ja. So wie ich. Auf den kann man sich verlassen. So wie auf mich. Ja, ja, ja. Nehmt's euch im Zimmer, ja? So. Okay. Tresortür... Türchen öffnet sich, ja? Na okay, da geht's jetzt gleich sicher ab, oder? So ein großer Raum. Geht auch nicht. Schön für uns. Das ist der Motorrad-Typ, oder was? Auf was geht ab? Nee, oder? Oh nein, das sieht mehr nach einer Schlange oder sowas aus. Oh Gott, was ist denn das? WTF? Du willst wohl Hackfleisch aus uns machen, was? Ja, würde er wahrscheinlich gerne machen. Aus sein Klingeln. Toll. Analyse! 10. 10. 11. Nix zum Stehlen. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 11. 11. 13. 11. 11. 11. Da sie sich noch in Entwicklung befindet, ist sie nur schwer zu kontrollieren. Sie patrouilliert in der Luft und stürzt sich auf alles herab, was sich bewegt. Na gut, wir nehmen mal ihn. Dann machen wir dieses Avalanche Credo. Und klaut nach. So was. Aua. What the fuck? Oh Scheiße. Okay. Ah. Aber wir müssen definitiv heilen. Ein bisschen mehr oder? So, nochmal vorhin. Oh, hier ist schwer die Kacke da. So, bleib eigentlich ein bisschen, den haben wir bei uns. Okay, komm Rade Fagettung Jawohl, jawohl, jawohl Sehr geil Kommt man irgendwie Damage Ja, du hast eh mehr als genug MP Oh, 2k, nice Können wir nochmal machen hier Jawohl Okay, er ist down, glaub ich Was macht die scheiß Katze da hier Naja Er war doch eh schon down Scheiß Katze will den Kind für sich haben, ha Lebt wohl, jaja Okay, und so eine Explosion macht nix, ha Naja War ja auch nicht schwer Die gewünschten Daten hätte ich damit Na, mach mal die Tür auf Wollen wir mal die nächste Runde des Tests einleiten Oha Der Fahrstuhl wurde entgegen Er scheint zu gehen So Wie wir rumfallen hier Ist das wieder eine Falle? Mit Sicherheit Der Fahrstuhl ist sicher Vertrau mir Ja Ja, der Fahrstuhl eh aber Na gut Schauen wir mal was passiert Wenn die Türen wieder aufgehen Ja Ja Irgendwas für Ja, Mann Fett, Mann So Das war knapp Oh Mann, hier ist es Ich glaube wir können wirklich nie zu viert sein, ha Und echt schade, dass wir keine Aue Heals haben, ha Aber Hm Oh, wiederholt einsetzen Okay Okay, das geht ja auch Ja, mit Shift Da steht es ja Okay Mein Fehler ist Äh So Ein Glück Der Fahrstuhl Funktioniert anscheinend Dann hat Hojo Vermutlich was er wollte Wir haben ihn ja auch ordentlich bedient Das er hat aber trotzdem nix Weil ihm kampf glaube ich nicht das Mann Außer wenn wir zwei ATB Balken haben Ja Hey Ich hätte da wirklich gerne Man kampf halt nau Wie hier Aber Naja Vielleicht kann man nicht alles haben Was ist hier passiert? Ich glaube da fehlt was, ha Ja Das ist doch unsere Richtung Gehen wir Ne Aber gehen wir Okay Da können wir eh nicht weiter Das da für eine ekelige Super am Boden, ha Jetzt sind wir fast am Ziel Da oben sind nur noch das Büro des Direktors Und das Dach Tja Warte Wenn wir da rauf gehen Gibt es vermutlich kein Zurück mehr Bist du sicher, dass du das tun willst? Mit dem Fahrstuhl von gerade Kommen wir zurück zum zentralen Kontrollterminal Wenn du noch was erledigen willst Tu es jetzt Na Ich bin bereit Lass uns gehen Was soll ich denn noch machen, he Keine Ahnung Glauben nicht, dass da irgendwie was großartig ist, oder? Schaut man auch dem Direktor einen Besuch ab Wäre mein Vorschlag Falls er überhaupt noch lebt, he Man weiß ja nicht Das ist ein fehliges Zeug, he Das muss ja nachher wieder irgendwer wegmachen, he Arme Sau Ja, okay Dann Kann ich mal ein bisschen schauen, he 69, he Das Zufall ist Da gibt es eh nichts, ja dann Ist da irgendwas? Nein, okay So, eine Tür Noch eine Tür Oh, da ist ein Loch im Fenster, he Ich glaube, wir müssen eh da, he Ja, warte mal noch ein bisschen Ja, ein bisschen noch, he Darf ich mich noch auf die Bank setzen? Ja, warte noch ein bisschen, he So Wer schreit denn da so? Ich halte nicht mehr lange durch Nein, keiner da Ich halte nicht mehr lange durch So was Okay Ich kann nichts machen Sieh an, wen haben wir denn hier? Bitte Ich halte Das ist nicht mehr aus Ich gebe euch, was ihr wollt Was hast du denn im Angebot hier? Denk nicht, dass du dich freikaufen kannst Hilfe Nein, lass ihm nicht fallen Ich bin käuflich Hängt am Abgrund Und will noch verhandeln Also, was hast du für uns Du lässt es in ganz mit gar übertragen Zuerst wirst du höchstpersönlich Die Sache mit Sektor 7 aufklären Und danach Wäsch du verdammt nochmal unseren Namen rein Avalanche Hat keinen Krieg im Sinn Alles, was wir tun Tun wir für die Menschen Und um das Leben des Planeten zu retten Das und nicht mehr Sagt den Leuten Dass ihr eure Fehler einseht Hast du kapiert? Verstehe Ihr sorgt euch um euren Ruf Hm In der Tat nicht ganz unwichtig Vielleicht sogar wichtiger Als zerstörte Reaktoren Und die Zukunft des Planeten Hä? Du Drix Ihr seid ja so naiv Wahrheit Freiheit Ansehen Recht haben Jämmerlich Selbstbezogen Und erst Die Idee einer Welt ohne Shinra Die Vision einer Welt ohne Mako Was wäre dann noch übrig? Glaubt ihr, die Leute würden ein komfortloses Leben begrüßen? Nur um einer wagen und weit entfernten Bedrohung zu entgehen? Es hat euch sicher Spaß gemacht, die Helden zu spielen Doch, das ist vorbei Ich gebe dir eine letzte Chance Zu erkennen, was Gerechtigkeit wirklich ist Aber beeil dich Du hast nicht viel Zeit Verrate es mir Was ist für dich Gerechtigkeit? Idiot! Was interessieren mich haltlose Wunschvorstellungen? Wichtig ist einzig, was sich umsetzen lässt Man muss seine Chancen erkennen Und alle Hindernisse aus dem Weg räumen Und dabei darf man nie auch nur mit der Wimper zucken Du Bastard! Werner! Berrit! Berrit! Oh! Was ist das? Das ist der Ursprung von allem. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja. So, was haben wir da? Ach du Scheiße. Genova Plus. 78.336 HP. Nichts stehlbar. Ein streng geheimes experimentelles Versuchsobjekt von Shinra. Es ist nur wenig darüber bekannt, aber Gerüchten zufolge soll es Halluzinationen auslösen können. Sobald seine TP und einen bestimmten Wert sinken, lässt sich seine Schockleiste nicht länger füllen. Okay, weg den scheißen Taken. Was machen wir denn? Na. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Ja. 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 Ja, ja. Ja. So. Das wird Ident spitze. Ich hab auch nicht zu viel gemacht, ha? Mal, jetzt machen wir auch einen Laser. Au! So, wir machen wieder unseren Todeslaser. Und dann machen wir... Aua. Ja, da kann ich irgendwie nicht alle targeten. Aber eh, klar. Oh, was? Oh, was? Ifrit? Na. Haben wir nicht Shiva? Ach, Scheiße. Au! Ja. Ja. Ich darf ihn nicht verlieren. Oh. das machen wir einmal Klauchhallen fette Tentakel 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 Oh. 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 ه.. Denkst du aber ums da auch Hier müsste man da kill her Tiefer Limits, Salto Aerith heilt mich wieder Ja, ehrlich Okay, Atomisira Oh man Ah, ist doch scheiße Oh man, ich schnell wie bei mir ist das Oh man, ich schnell wie bei mir ist das Erich, Erich, Erich. 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 Erich, Erich. Erich, Erich, Erich. Oh, ein eigener Freeze, oder was? Ja. Aua. Ja. 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 Musik, amr. Das war ein Bastard. Oh, da ist er wieder. Ach was, er kann fliegen. Na hallo. Einmal hier und passt schon, ne? Ein kleines Kinderpflaster. Oh mein Gott. Okay, dann lass mich halt nicht schauen, ob es noch irgendwas gibt. Okay. Gibt es auch nichts für uns. Ist aber eine lange Leiter. Ja. Okay. Okay. Hm. Alles okay? Und, wo ist er? Abgehauen. Das sollten wir wohl besser auch tun. Oder auch nicht mehr. Ah, da ist wieder der Rothaige, ja. So viel dazu. Vielleicht nimmt er uns mit. Sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen? Ja. Oh, wer ist er? Ja. Oh ja. 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 Sind Sie verrückt? Wir können Shinra den Garaus machen. Bring Aerys nach Hause. Oh Mann ey. Sind so ein paar so Soldaten. Dann kämpfe ich aber mit dir. Ja. Barrett. Geh schon. Bitte. Also gut. Aber beeil dich, okay? Hast du ich ganz alleine, oder was? Du bist also ein Soldat. Das macht mich quasi zu deinem Vorgesetzten. Quasi. Ich war ein Soldat. Die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Also nicht mehr. Lasst keinen kommen. Bleiben wir zwei. Oh. Jetzt wird bloß nicht kleinlich. Bringen wir es hinter uns. Wie herzlob. Ich bin dein Gegner. Ich bin dein Gegner. Hör zu überheblich. Okay. Soll ich da wirklich noch eine Analyse machen, ne? Ich bin mein Sohn frei. Na gut. Na gut. Rufus. 14.688 Kp. Sohn von Direktor Schinder und derzeitiger Vizedirektor. Er trägt zu seinem Schutz eine maßgefertigte Schrumpfwinde und wird von seinem betreuen Wachhunds Dark Star begleitet. Seine Schockleister lässt sich nur Dirk, nachdem er eine bestimmte Fehrlichkeit eingesetzt hat, auffüllen. Aha. So und der Dark Star. 13.056 Kp. Ein militärischer Kampfhund, der zu Rufus' persönlichen Wachhund abgerichtet wurde. Diese besondere Züchtung wurde von der Abteilung für chemische Forschung weiter verstärkt. Sie folgt jedem Befehl ihres Meisters bedingungslos und geht für ihn in den Tod. Sämtliche Angriffe füllen seine Schockleister nur langsam, erst wenn die Verbindung mit Rufus getrennt wurde. Okay, also erst... Ja. Ich bin ja gleich tot hier. Okay. Das wird interessant, ha? Aber ich möchte ihn irgendwie... Keine Ahnung hier. Ich möchte den Hund irgendwie auch umballern hier. Boah, ehrlich. Alles okay? Hm. Bringen wir es hinter uns. Wie herzlos. Schön in den Laufgucken. Also was machen wir überhaupt hier? Ja. Ja. Das können wir schon. Na gut. Das ist doch Bullshit. Ja. Was soll ich jetzt machen? Das ist doch Bullshit. Ja. Ja. Was soll ich jetzt machen? Das ist scheiße, dass deine Spales halt irgendwie unterbrochen werden können und du halt eben deine, ja MP und deine ACP Leiste verlierst. Ich mein, ist ja nicht so, dass ich mich dann irgendwie anders heilen kann hier eben. Na Bummi, ich sehe es schon hier. Das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, ha? Alles okay? Hm. Und? Bringen wir es hinter uns. Ja. Muss ich mir das jetzt jedes Mal anschauen, ne? Mein Einsatz. Ich bin dein Gegner. Bringen wir weg. Gib lieber auf. Pass. Ja. Kommt nicht wieder vor. Pass. Langsam. Ja. Stell dir. Äôm hier. Du bist nicht so. Du bist nicht ganz. Pfl test. Himmel. Jeffrey. Ich darf jetzt nicht schlapplachen. Tu über adulterst. Ich bin ja. Du bist nicht so. Du bist nicht zu überheblich. Wir brauchen dich so. Du bist nicht so. Das war's! Verdammt! Drei Fuß! Verzieh dich! Kannst du dich freuen? Bereit! Langsam! Ich bin dein Gegner! Ich glaube wirklich, das ist ein Scheiß Hund! Ich muss gezielt vorgehen! Yeah! Okay, probier mal was! Fuck you! Ja! Verdammt! Kein Hundefreund! Darf jetzt nicht schlappen! Auf ein neues! Ah! Ich bin eh nicht Illetechnik! Ich bin dein Scheiß Hund! Ja, mir nicht! Okay! Ist das für dich bloß ein Spiel? Ich mein das! Toten Ernst! Und so soll's auch sein! Und so soll's auch sein! Nette Schauanlage! Ja! Freu dich! Sie war nur für dich! Und weiter! Showtime! Das war's dann! Ja! Ah, das ist doch so Bullshit, hä! Okay! Okay, komm! Und Scheiß Hunde! Ich will die Kleiden sehen! Mistkerl! Ich mach ihn down! Okay, Darkstar besiegt! Endlich ein richtiges Duell! Ja, aber er hat Pistolen hier! Lass es uns unvergesslich machen! Du machst also endlich ernst! Du kannst dich geehrt fühlen! Ja! Ha! Ja! 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 Wie wenn er nachladen macht glaube ich ist das unser Ding hier! Das sollte reichen! Ja! Naja. Was? Showtime! Jetzt wird's ernst! Dann los! Das war's dann! Langsam! Nur kein Übermus! Langsam! Verdammt! Hilfe! Jetzt wird's ernst! Interessant! Zu überheblich! Verdammt! Nun denn! Langsam! Rein! Okay, einmal Heal! Verdammt! Ja, sonst ist so ein Scheiß! Ich weiß nicht, ob ich das falsch... Fuck! Okay, ich muss wirklich warten bis in der Nachfläche! Okay, pass auf! Wir werden jetzt mal ein Elixir dazu reinballern! Und vorher die MP auch wieder haben! Ich weiß nicht! Aua! Huau! Ah fuck, jetzt wollte ich eigentlich später nichts hein! Das war der Limit-Meter-Spider-Four. Verdammt. Showtime. Du hast mich hasst. Hör dich auf. Überleblich. Ah, du nervst mich hier wirklich. Aber egal, ey. Du bist langsam. Verdammt. So, limit mit der Gleit voll. Okay, wir haben nix mal dann. Okay, wir haben nix mal. Okay, wir haben nix mal. Du Pussy. Ja, ja. Flieg weg, du Pussy. Halb so wild. Ja, da kommt so. Du wirst noch gebraucht. Du bist doch ein Held. Wie es wohl den anderen geht? Was ist das? Die lassen sich nicht so leicht unterkriegen. Darum... Was war das? Nicht wahr. Cloud! Scheiße. Hey. Wir müssen ihm helfen. Hey. Was denn? Runter! What the fuck? Sag das doch gleiche. Alles in bester Ordnung. Heyo. Barrett! Was schon wieder? Nicht wirklich. Das ist doch ein Scherz, oder? Scheiße. Was ist das hier? Sechs mal sechs Läufe, oder was? Ach du Scheiße. Was ist das für ein fettes Teil hier? Scheiße. Gebt dieses scheiß Ding niemals auf! Miststück! Das ist für dich! Der hat glaube ich nicht viel gemacht, hm? Na das können wir auch! Okay. Also er ist die Kleinen, oder? Ab dem Modul! Wer? Der Modul! Das ist nicht! Das ist ein Scherz! Ich glaub der nimmt Energie auch! Den hatten wir auch! Platz ab! Komm schon! Ach was! Ach Scheiße, ist immer noch da. Was soll der Scheiß? Zuleiß, lass ich mich nicht unterkriegen. Das war aber knapp hier. Okay, fuck my Chocoballs. Das war aber knapp hier. Ehrlich? Mama warst jetzt Chocobo, aufhören Das ist aber nicht viel. Ah, meins, oder? Ah ja. Ich muss das nämlich leveln, ne, das hat ein Kampfbericht, dieses Vision zweimal muss ich leveln halt, also zweimal machen. Ach du Scheiße, ne. Ja, das ist ein Kampfbericht. Ach du Scheiße. 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 Ich will das nicht sagen. Ich löcher dich wie ein Sieg. Verziehe dich! Blech! Ich hab doch mal auf! Ich zähle auf dich! Zeit zum Ausruhen, oder? Da steht immer Schwachpunkt hier. Ich kann es irgendwie nie targeten hier. Ist voll scheiße. Keine Ahnung. Was soll das? Gut. Okay, wir hopp auf denabendlich. So, hopp auf denabendlich. GO! Jawohl! So, wo ist, ja, war da ist er wieder, ok. So, wo ist, ja, war da ist er, ok. So mal hin aub den Schwachpunkt-Scheise da. Ok. Hopf-Artillerie. Kann so irgendwie anders da auch noch gehen, oder? Überlass das mir! Für uns alle! Dann kannst du übernehmen! Jetzt kann ich ja das sagen! Hey! Dazu! Luki! Aus dem Weg! Luki! Komm nicht nicht! Auf die Falle! Hit! Hörn alle krug einschlafen! Hey! Schneller! Hit! Go! Hit! Hit! Ich lege los. Wechseln. Er war ein scheiß Boss. Hier ist es ein bisschen mehr, aber ich werde es jetzt nicht mehr. Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin jetzt auch von Garnix. Ja, ich bin jetzt auch von Garnix. Ja, ich bin jetzt auch von Garnix. okay, 4 out, okay, shotgun fertig, mit buried on the limit weg mit deinem Todeslaser Saco Was soll der Scheiß? Jetzt gehen wir alle weg. Schön alle zu testen. Jetzt lieber auf da. Vergiss es. Oh fuck. Was soll der Scheiß? Oh fuck. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Oh fuck. 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 Ich blieb los! Komm! Komm, steh wieder auf! Hier kommt Barrett! Hey! Komm schon! Los! Hey! Schön alle Kuppeln, was von Vorarbeit gelangt! Scheiß ich euch, was ich kann! Stop! Der ist für dich! Furcht und schmerzlos! Was? Wie steckt ihr das? Flieg! Alter, was im Bostein! Jawoll, ihr kommt! Was ist ein Limit? Was ist ein Limit? Was ist ein Limit? Ja! Was ist ein Limit? Noch erst sauer! Notfallmodus! We're seeing it! Der heckt was aus! Gibt's irgendwo Deckel? Introduce Alina. Hit! Das war nichts. Komm, wo ist unser Bomber her? Okay, er ist down her. Nach, ich hab keine Ahnung, einer halben Stunde oder so. Ja. Ja. Doch zum Rasten haben wir keine Zeit. Ich hab irgendwie keinen Plan, wie du irgendwie Ziel wechselst. So, wenn du die Tage hast hier. Keine Ahnung. Natürlich nicht. Dann los. Wir müssen ihren Fluchtweg sichern. Richtig. Beeilung! Aber egal. Er war nicht so hart. Aber ja, er hatte lange gedauert, ne? Ja. Nein! So, wer da hat jetzt geschaut? Ja. Ja, ich bin. Na gut, sind wir wieder ganz unten, no? Meinst du die anderen? Egal. Ah ja, er. Ja. Wer weiß? Egal. Früher oder später schnapp ich euch alle. Das Mädchen brauch ich lebend. Die anderen könnt ihr gerne umbringen. Eris, du hast Marlene beschützt. Diesmal werde ich dich beschützen. Warte. Ach was. Wo ist denn das Ding da her? Tja. Na komm, lass noch ein paar über für mich. Was ist denn das her? Na, so versteig dich nicht ein. Was ist denn das her? Was ist denn das? Oh Mann. Lass sie bloß nicht entkommen, schnapp sie euch! Da hast du mich getroffen ey. Gleich nochmal. Och Mann, wo ist denn? Ich wohin! Ich bin da neben mir. Ich lasse dich auch nicht fallen hier. Okay, dürfen wir wieder am Montagrad fahren? Nein, oder? Wir haben es geschafft. Zum Jubeln ist es zu früh. Alter, Grießkram. Aber echt, ne? Sagst du auch mal? Ich glaube nicht. Okay, never mind. Lass das mal zu. War nur ein Spaß. Seht. Am Scheideweg des Schicksals. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ich höre es. Es sind ein paar mehr, würde ich sagen. Aber irgendwie wissen wir immer noch nicht, was sie genau machen, oder? Ja, und weiter. Ziemlich viele hier. Wo kommen die alle daher? Und was machen die da? Ach du Scheiße. Sieht irgendwie Matrix-mäßig aus. Alter Schwede, es sind ja nur schon ein paar. Aber was ist das? Wovon reden Sie? Ja, verstehe. Alter, iPhone 25 hier. Halben Meter lang hier. Na gut. Ja, verstehe. Es ist alles vorbereitet. Was sollen wir tun? Sie schnappen. Diese Viecher. Schon wieder? Ja. Ich frage mich, was passiert ist. Ich mich auch. Hoffentlich ist Wedge nichts zugestoßen. Es geht ihm sicher gut. Ich glaube, wir dürfen noch ein Motorrad fahren. Ich frage mich, lasse mich sehen. Ich frage mich, lasse mich sehen. Okay, dann halt nicht. Oh ja, ich darf doch. Ich frage mich, was soll ich denn machen? Der Motor geht nicht mehr her. Gab es nicht noch ein beschisseneres Flugfahrzeug? Hehehe. Na wartet, ihr entkommt uns nicht. Ja, drehen wir uns etwas. Okay, wen ging es nochmal? Ah ja, xy. Dann musste ich R und F oder so. Und scheiß. Wir werden dich schnell! Geht auf! Ergibt euch! Nicht mit mir! Komm, ich schlapp mal! Oh ja. Ja, ja. I love it. Ich fahre vor. Warte. Ich fahre vor. 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 Oh Gott. Ich fahre vor. 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 Oh Mann, ey. Ja, es geht weiter. Jawohl, verraten. Ja, es geht weiter. Ja, es geht weiter. Ja, es geht weiter. Oh Mann. Brava, Junge. Oh fuck. Ich übernehme Oven. Los, gib mir Deckung. Wir haben sie gleich. Ja, ja, ja. Hoppla. Oh. Machen wir den Bewegungsunfähig. Ja. 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 Ich kann mal eben überhaupt meine Passen zurückschtern. Ja. 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 Wachen wir die Bewegungsunfähig. Ja. 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 Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.